Hallo Kids, mein Name ist Georg Margreiter. Ich verteidige für den 1. FC Nürnberg. Ich habe von eurem tollen Projekt gehört und finde das klasse und möchte das auch unterstützen. Ich kann leider heute nicht persönlich bei euch sein, weil ich für die Vorbereitung schwitzen muss, beziehungsweise für die neue Bundesliga-Saison. Und dessenfalls schicke ich euch jetzt ein paar Worte via Videobotschaft. Ich habe von eurem Bücherturn-Projekt gehört und finde das Ganze klasse. Ich möchte das auch unterstützen und deswegen freut es mich auch, dass ich euch so mitteilen kann, dass ich die Schirmherrschaft für dieses Projekt übernommen habe. Und ich möchte euch auch während dem Schuljahr dabei unterstützen, euer ambitioniertes Ziel zu erreichen. Ich bin schon gespannt darauf, was für einen Turm in Nürnberg ihr euch aussucht. Es gibt ja einige hohe Türme in Nürnberg, das ist mir auch schon aufgefallen. Und das wird sicher eine schwere Sache, eine große Herausforderung. Und trotzdem bin ich mir sicher, dass wenn ihr alle zusammenarbeitet, ihr das Ganze auch erreichen werdet. Und mich würde es vielleicht freuen, wenn ich auch vielleicht ein oder zwei Bücher dazu beitragen könnte. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß in euren wohlverdienten Sommerferien. Ich hoffe, dass ihr trotzdem die Zeit findet, das ein oder andere Buch zu lesen. Und ich hoffe auch, dass wir uns ganz bald mal persönlich kennenlernen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Viel Spaß beim Lesen. Schöne Grüße vom Pfalznerweiher, euer Georg. Vielen Dank. Vielen Dank.